hallo und herzlich willkommen zu einem video von mir auf meinem youtube kanal das glaube ich das erste video was ich jetzt mache ich möchte einmal die gewinner von gestern noch mal bekannt geben das waren drei leute zwei haben sich schon gemeldet ich wechsle mal zum forum einmal zwei haben sich schon gemeldet hier die haben sich schon gemeldet zwei haben schon ihre beacons bekommen platz drei zwei beacons kommt platz 2 hat drei beacons bekommen und platz 1 hat fünf beacons gewonnen das ist der max war das glaube ich der norima hat sich die mühe gemacht die einmal zu markieren max bitte melde dich noch mal über über die konversation über den forum bei mir dann bekommst du deinen gewinn auf wo ich dich hingegen finde auf welchem cb und auf welchem plot am besten damit ich dir deinen gewinn auch geben kann und habe auch direkte neues neue verlosung über forum gestartet das ist eigentlich fast das gleiche nur dass ihr hier halt mehr sachen bekommt einmal hier ein drachenei also platz zwei bekommt ein drachenei und ein beacon platz zwei bekommt zwei beacons 10.000 in game dollar und platz drei bekommt fünf biegen ihr müsst eine zahl zwischen 1 und 10 10.000 als antwort reinschreiben der gewinner wird per zufalls generator in eine woche also das ist dann der dienstag der elfte zweite wird der dann kommt ein weiteres video mit der verlosung und drei freunde markieren müsst ihr und eine zahl reinschreiben und könnt teilnehmen ihr könnt auch gerne mehrere personen markieren wie ihr halt möchtet und ja wenn ihr lust habt in game könnt ihr gerne wenn ich mal live streamen könnt ihr gerne vorbeikommen wir spielen eine runde 4 gewinnt wenn ihr gewinnt bekommt die 1000 dollar wenn ihr verliert habt ihr verloren das war es eigentlich das wollte ich nur einmal raushauen ich danke fürs zuschalten ich würde mich über jeden ab und über jeden like freuen auch wenn ihr die glocke aktiviert hiermit verabschiede ich mich und ich wünsche euch einen schönen tag und auf wiedersehen ciao